Oh, 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 oh. Oh, 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 mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das kann nicht sein. Was macht der da? Oh. Schaffst du schon, schaffst du schon, Dicke. Braust halt einen guten Tag. Und auch Glück mit dem Matchmaking. War auf jeden Fall sehr nice, Mann. 3-5-2 sprich jetzt weiter, so. Oh. Achso, wen hast du dann rechts und links gehabt, spiele das mit Peralis, Gosens Ähm Boah, was ist das denn? Wie sieht man denn so einen Spieler Alessandrini war böse, diese Wiccan League Aber heute Boah, ich sag dir ehrlich Alessandrini hat mich die Wiccan League richtig abgefuckt Bei meinen Gegnern So eine kleine Ratte Boah Boah, was ein Pass Einfach Vira Vira Artis hat gewonnen Das heißt Artis spielt gegen Bene CR im Halbfinale Oh Artis Boah Boah Was hat denn der da gemacht, Digga Also Training, alles Achso Boah Boah Das war ein dicker Joke Das war Boah Boah Oh Artis Guck mal Er guckt auf Controller Er schießt nach rechts Nach rechts Oh Ich meine doch rechts Vom Torwart aus Oh Jetzt könnte es gefertigt werden Jetzt könnte es sehr Oh Das kann nicht sein Was macht der da Oh Was ist das denn jetzt hier Da macht er es Oh mein Gott Erst schockt Artis heftig Dann schockt Bene heftig Boah Was hat Bene auch da gemacht, Digga Aber Artis frei vom Tor Erbelüpfen Eieieieiei Das ist GGs Artis gegen Epixel Game Also das War krass Woah Oh Und da ist das Tor Das war krass 45. Minute Und dann so ein Tor Ich habe nicht geguckt Wie viel war das? Boah 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 Der Mann hat Bock Das hat aber Artis gut gemacht Nicht viel Ball besitzt Aber besser draus machen Boah Stark gemacht Stark Oh oh Das sieht nicht gut aus hier Epixel 3.1 Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Was macht der Torwart da? Oh mein Gott Was macht der Pizze da? Das ist krass Artis kann jetzt führen Artis Was ist das denn hier? Ey das ist doch ein 100%iges Tor eigentlich Oh 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 Digga was passiert hier? Oh 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 Ey was passiert hier? Was eigentlich mit Finalmusik passiert? Ach gar keinen Bock Hab voll vergessen Ja Hab voll vergessen Aber warte mal jetzt hier Epixel 4.3 Oh Oh Neymar holt noch einen Elfer raus Der Neymar totzt Unfair Alter Wie gut ist der? Oh Pfff Was geht denn hier ab? Krass Oh mein Was passiert hier? Abo Abo Oh Oh Was passiert hier? Oh Komm Die Schose Ups Die Panshow ist das hier Ne? Haha Eieieieieiei Oh 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 Was ist das für ein Spiel Ne? Das könnte Matchball sein Das könnte Matchball 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 Epixel Game Gewinnt das Turnier Super Turnier heute Ne? Epixel Sehr stark gespielt Artis auch sehr gut gespielt Am Ende war das eine Comedy Show Hier in dem Spiel Und ja Jungs Wir sind vorbei hier für heute Ne? Nächster Cup ist morgen Perg est Eieieieiei Bis zum nächsten Mal.